Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir sind mit Steve unterwegs und passenderweise kriegen wir gerade die Stranger Things Map. Oh, ich dachte hier war ein Totem. Habe ich mich verguckt. Ich glaube der Killer kommt meist zuerst im Labor gucken. Gerade kurz geguckt. Ich habe sogar ein Single-Gen heute hier. Ob unten oder oben noch ein Totem war, aber nein. Passenderweise mit Steve sind wir auf der Stranger Things Map mit einer neuen Folge Dead by Daylight. Ich bin gespannt, welchen Killer wir heute haben werden. Und genau, weil es so läuft. Oh, wir haben Ghostface. Ich glaube für Ghostface ist das eine gute Map. Und ich sehe gerade, ich bin Dying Light. So, da unten rechts neben meinen Talenten diese blaue Lämpchen. Das heißt, erlöschen das Licht oder erlöschen das Licht. Das heißt, ich bin Dying Light. Das heißt, bei mir geht alles ein bisschen schneller. Bei den anderen dafür alles ein bisschen langsamer. Und Ghostface hat sogar auch noch... Was ist hier der Keller? Hat auch noch Tanata-Phobie dabei. Was auch nochmal ordentlich verlangsamt. Hat der mich nicht gehört hier oben? Ah, als ob der mich hier oben nicht gehört hat. Ey, die Kate, die klaut mir jetzt mein Jen. Ey, Kate, Mann, das ist mein Jen. Ey, weißt du, du bist... Und jetzt darf ich dich nicht mal heilen, ey. On. Es ist mein Jen gewesen. Ich dicksch jetzt. Ich bin jetzt eingeschnappt. Weißt du, hätte ich den auch erst fertig machen können. Aber ich wollte halt erst sie retten. Dass der Killer nicht schon herkommt. Aber nein. Findest du mich nicht. Ach, Kate, Mann. Das waren meine Punkte. Hier ist der Keller. Immerhin machen die anderen Generatoren an. Und warum stehst du dort so... Warum steht ihr alle so? Warum T-Bagst du? Was ist denn hier los? Danke, Dwight. Danke. Oh Gott. Dwight hat Gott sei Dank Einhalt getankt. Aber ich glaube, der Killer warte eigentlich auf mich. Oder? Weil er hat sich ja schließlich auch mir an den Weg gestellt. So, der Timo, der mich hier gerade heilt, ist, glaube ich, aus Deutschland, laut Steam. Okay, zwei Generatoren noch. Ich hoffe, die Kate. Macht was Sinnvolles. Kate ist bereit zum Retten. Okay, ihr rettet. Ich suche einen Generator. Ich habe halt jetzt auch nicht aufgepasst, wo er jetzt schon an ist. Äh, da gehe ich nicht hin. Hier war mal... Der ist an. Hier im Ausgang ist kalt. Ich gehe gleich dort hinten an den. Okay, die Meg ist One-Hit. Mal sehen, ob sie es schafft, ihm ausreichend lange zu entkommen. Ich weiß halt nicht, ob jetzt oben der eine Jen in diesem Miniraum, ob der noch ist. Ich habe keine Ahnung so richtig. Aber die Meg scheint es gut zu machen. Ist gleich kein One-Hit mehr. Oh nein, das war aber allerletzte Sekunde. Oh, wie böse. Ich wollte gerade sagen, sie hat es geschafft, nicht getroffen zu werden. Dann ist das gerade abgelaufen. Oh, also... Laut meiner Anzeige hätte das kein One-Hit mehr sein dürfen. Ich möchte das jetzt hier gern. Ich sehe, aber er kommt. Oh. Er stalkt mich. Lauf, Steve! Ah. Genau das. Genau das. Leute, hier hinten, macht den Jen fertig. Der war fast so weit. Ich glaube, er hat mich bewusst von dem Generator dort hinten weggebracht. Wenn die dort fertig machen, und mich rettet jemand, bin ich sofort geheilt. Komm mit. Oh Mann, der ist komplett wieder runter. Ich lasse mich jetzt auch nicht heilen, weil ich habe, wie gesagt, Adrenalin. Wenn der letzte Generator angeht, werde ich um einen Gesundheitsstatus erholt. Deswegen lass mal nicht die Zeit verschwenden. Klar, wenn Ghost bis jetzt hierher kommt, bin ich am... Okay, er hat hier warten. Ich wollte sagen, dann bin ich sonst am Poppes, weil ich natürlich nicht geheilt bin. Aber okay. Mac rennt los. So. Ich bin geheilt und hatte einen Sprintboost. Ich glaube, die Kate geht retten. Oder? Der Ausgang von Mac ist auf 99. Ich habe das Tuten gehört. Okay, das wäre halt auch super, wenn du dich vielleicht woanders jagen lassen könntest. Wo die Mates? Ach Gott. Kommt mit. Wir müssen da rüber. Dort ist der Ausgang. Ich weiß nicht, ob Dwight jetzt tot ist. Ja. Okay, dann raus mit uns. Kate hat jetzt die ganzen Punkte gefarmt. Die hat meinen Generator fertig gemacht. Kate hat das Tor aufgemacht, wobei sie davor nichts gemacht hat. Hier von irgendwo stalkt er. Ich sehe ihn zwar nicht, aber er stalkt uns alle drei. Egal. Wir sind raus. Sorry, Dwight, aber du bist halt ein bisschen falsch gerannt, leider. Cool. Ähm, ja. Wir haben es geschafft. Schlampiger Schlachter war sogar noch mit dabei. Wir hätten eigentlich alles wissen können. Ich achte immer nicht auf einen schlampigen Schlachter, muss ich gestehen. Aber sonst hätten wir das alle wissen können. Ähm, ja. War eine erfolgreiche Runde, oder? Ich habe zwischendurch nicht daran geglaubt, ähm, noch rauszukommen, aber... Okay. Dwight hat nicht erwartet, dass wir am Ausgang, an dem Ausgang waren. Ja. Es war blöd. Er hat es halt nicht gesehen, an welchem Ausgang die Mac aufgemacht hat. Ähm. Cool. So. Ich sag jetzt mal, tschüssi, bis zur nächsten Runde, und wir sehen uns. Früher oder später. Macht's gut. WHAT? B